Wenn das Christkind erwacht wie im Christbaum der heimliche Stein, wer dran glaubt und dran gilt, wird mit Liebe beschränkt von den Menschen, die gut zu ihm sind. Wenn das Christkind erwacht in der heiligen Nacht, hat man wieder ein Herz wie ein Kind. Hat man wieder ein Herz wie ein Kind. Wenn das Christkind erwacht in der heiligen Nacht, kann sich niemand dem Zauber entziehen. Wie im Traum strahlt der Baum und man wundert sich kaum, das im Schädel aus dem Christosen blüht. Selbst wer nie Ruhe will, wer wird friedlich und still, wenn der Heilige Abend beginnt. Wenn das Christkind erwacht in der heiligen Nacht, hat man wieder ein Herz wie ein Kind. hat man wieder ein Herz wie ein Kind. wird es nicht nur mit dem Zauber, wenn das Christkind erwartet. wird es nicht nur mit dem Zauber,